Nachdem wir gestern in der Atempause mit dem doch recht verzweifelten Aufschrei des Paulus geendet haben, wer wird mich erlösen von mir selbst, wollen wir heute in der Atempause über völlig neue Perspektiven sprechen, so wie dieses kleine Mädchen an der Hand ihres Vaters eine neue Welt entdeckt, nämlich das Meer. Damit herzlich willkommen zur Atempause der täglichen Online-Bibelese-Andacht mit dem Herzen im Himmel und beiden Beinen auf dem Boden. Völlig neue Perspektiven wollen wir heute kennenlernen nach Römer 8, 1 bis 17. Das ist der Bibeltext, der für heute, Samstag, den 9. Februar 2019, vorgegeben ist vom ökumenischen Bibelleseplan und den wollen wir gemeinsam lesen und versuchen, besser zu verstehen. Wir sind ja gemeinsam unterwegs, in vier Jahren durch das ganze Neue Testament und in acht Jahren durch fast die ganze Bibel. Jeden Tag einen Abschnitt lesen, einen Abschnitt verstehen, jeden Tag ein klein wenig weiter wachsen in der Erkenntnis dessen, was von Gott her wichtig ist und jeden Tag die Beziehung zu Gott ein wenig weiter führen. Das ist der Sinn der Atempause. Und heute, wie gesagt, lesen wir Römer 8, von 1 bis 17. Gestern haben wir diesen verzweifelten Menschen gehabt als Bild, wo wir uns gefragt haben, wer wird mich erlösen von mir selbst und wir haben uns gefragt, ob Selbsterkenntnis letztendlich aussichtslos macht. Heute werden wir sehen, dass das auch ganz anders geht. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt werde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn die, die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Denn fleischlich gesinnt sein ist der Tod, doch geistlich gesinnt sein ist Leben und Frieden. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch sich dem Gesetz Gottes nicht unterwirft, denn es vermag es auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot, um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben, um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der auch Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir nun, liebe Brüder und Schwestern, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Völlig neue Perspektiven in ziemlich schwierigen Formulierungen von Paulus, übersetzt von Martin Luther. Das ist alles gar nicht so leicht zu verstehen, aber gemeinsam schaffen wir das. Es geht also um die Frage, wie wir von uns selbst erlöst werden können, wie wir aus der Aussichtslosigkeit einer tiefen Selbsterkenntnis herauskommen, wie wir verstehen, es geht auch anders mit mir. Es gibt Hoffnung für mich, es gibt Hoffnung für meine Ausweglosigkeiten, es gibt Hoffnung für mein Leiden an mir selbst, es gibt Hoffnung für Veränderungen, die sich wirklich bewährt. Und da unterscheidet Paulus und sagt, zu dem, der Christus nicht kennt und dem, der Christus kennt, der ihn in sein Leben eingeladen hat, gibt es einen ganz großen Unterschied. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wer sich einmal ernsthaft gefragt hat, wie er vor dem heiligen, gerechten, allmächtigen Gott und Vater bestehen will, mit dem, was er in sich trägt, mit dem, was er verbockt hat, in dem, was sie nicht geschafft hat, mit dem, wo wir uns bewusst sind, dass unsere Gewissen uns verklagen. Wer sich jemals ernsthaft selbst erkannt hat und sich gefragt hat, wie kann ich damit vor Gott bestehen, der ist zum Schluss gekommen, vermutlich kann ich vor Gott nicht bestehen. Und so sind auch viele, viele Menschen unterwegs, die Angst vor Gott haben, die in Furcht vor Gott leben, in Furcht vor der Strafe und Furcht vor der Hölle leben, weil sie innerlich genau wissen, also das passt eigentlich nicht zu Gott, wer ich bin, wie ich bin, was ich getan habe, was ich unterlassen habe. Und hier kommt in diese Aussichtslosigkeit der tiefen Selbsterkenntnis, diese befreiende Botschaft, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es geht nicht darum, dass wir durch eigene Werke versuchen, unsere schlechten Taten, unsere Defizite aufzuwiegen, damit wir vor Gott bestehen könnten. Es geht einfach darum, dass wir verstehen, Jesus hat am Kreuz auf Golgatha und in der Auferstehung von den Toten alles, was uns von Gott trennt, weggenommen, überwunden, vergeben, stellvertretende Sühne. Das hat Paulus auch erlebt. Er hat als Christenverfolger erlebt, wie der Herr selber ihn vor Damaskus gerufen hat, Saul, was verfolgst du mich? Und wie er umkehren durfte zu diesem lebendigen, auferstandenen, gegenwärtigen Christus und wie der ihm selbst seine Christenverfolgung, seine Morde vergeben hat. So ist dieses Bekenntnis, ein allgemeines Bekenntnis für alle Christusnachfolger, aber auch ein ganz persönliches des Paulus, keine Verdammnis. Wer Christus vertraut, braucht sich vor Gott nicht mehr fürchten und ängstigen. Und dann geht es weiter in diesem Text im Vers 6, denn fleischlich gesinnt sein ist der Tod, doch geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Es gibt also zwei ganz unterschiedliche Lebenskonzepte, die Paulus hier auch gegenüberstellt und sagt, auf dem Weg des fleischlichen Lebens, auf der fleischlichen Gesinnung, ist kein Blumentopf zu gewinnen für die Ewigkeit. Und das ist, wenn wir einfach gegen Gott rebellieren, in dem Sinne, dass wir glauben, dass wir unser Leben selbst in den Himmel bringen können. Wenn wir glauben, dass wir selbst wissen, was gut und böse ist. Wenn wir glauben, dass wir ganz gleich, ob wir dabei Gottes Gebote übertreten oder nicht, einfach nach unserer Überzeugung in Selbstbestimmung leben können. Das ist fleischliche Gesinnung, wie Paulus das nennt. Dahinter steckt der Begriff Sargs im Griechischen. Und das ist dieser eingebaute Widerspruch, die Rebellion gegen Gott, die alle von uns in sich tragen. Und dessen wir uns bewusst werden müssen, dass wir nicht einfach gute Menschen sind, sondern dass in uns ein Teil der gefallenen Schöpfung schlummert. Rebellion, Widerspruch gegen Gott. Und das überwinden wir nur, wenn wir all unsere Selbstgerechtigkeit, unsere Selbstüberzeugtheit als Mensch Christus übergeben und sagen, ich bin jetzt von dir überzeugt, ich möchte im Christusbewusstsein leben und nicht in einem falschen Selbstbewusstsein, einer falschen Selbstüberzeugung, die mich letztendlich in die Trennung von Gott bringt. Fleischlich Gesinntheit ist der Tod, sagt Paulus. Und damit meint er nicht den leiblichen Tod, den müssen wir so alle sterben, sondern er meint den geistlichen Tod. Die Trennung von Gott. Wer die Nähe zu Gott nicht sucht, wer nicht umkehrt, wer sich nicht beschenken lässt mit Vergebung, mit ewigen Leben, wer nicht es schafft, sich zu demütigen vor unserem Schöpfer Gott, vor dem Allmächtigen, vor dem Heiligen Gerechten und zu sagen, ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Barmherzigkeit. Wer das nicht hinkriegt, der bleibt von Gott getrennt. Doch geistlich Gesinntheit ist Leben und Friede, sagt Paulus. Geistlich Gesinntheit heißt nicht mehr auf sich selbst setzen, sondern auf Christus setzen. Nicht mehr auf sich selbst setzen, sondern auf die Wirkung des Geistes Gottes in meinem Leben. Zu wissen, ich darf in einem abgrundtiefen Vertrauen leben. Er trägt mich, er hält mich. Er trägt mich durch, auch durch den Tod bis in die Ewigkeit, in die Herrlichkeit. Er trägt mich durch und wenn ich mich selbst verklage und wenn die anderen mich verklagen und wenn der Widersacher Gottes mich verklagt und mir sagt, du bist nichts, du kannst nichts, du bist einfach nur ein böser Sünder, du bist ein Versager, du bist jemand, der nicht es schafft, dann kann der geistlich gesinnte Mensch sagen, aber Christus ist mein Leben. Das befreit, das kenne ich von mir selbst auch. Ich bin so froh, dass ich mir nicht meine Ewigkeit garantieren muss und dass ich nicht fehlerfrei leben muss, damit ich mit Gott versöhnt bleiben kann. Dann würde ich an mir selbst komplett verzweifeln. Aber weil ich Christus vertrauen kann, habe ich Leben und Hoffnung und Frieden mit Gott im Herzen, weil ich dem Wort Gottes vertraue. Und so kommt es in dem Vers 15 zu diesem völlig neuen Leben in ganz anderen Perspektiven. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Wir sind Kinder Gottes durch das Vertrauen zu Jesus Christus. Jesus hat ja an einer anderen Stelle gesagt, eure Väter, die doch böse sein können, geben euch dennoch gute Gaben. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch Gutes geben, wenn ihr ihn darum bittet? Lukas 11 Der eigentlich gute Vater ist Gott. Alle gute irdische Vaterschaft ist nur ein Abbild, ein Abglanz von der eigentlichen himmlischen Vaterschaft Gottes. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Johannes 1, Vers 12 So hat der himmlische Vater uns zu seinen Kindern gemacht. Das ist eigentlich etwas völlig Unglaubliches. Gott, der Allmächtige, hat uns zu seinen Kindern adoptiert. Und zwar für alle Ewigkeit. Und deshalb brauchen wir uns nicht mehr fürchten. Deswegen können wir zu Gott Vater sagen. Ich bete das sehr häufig. Vater im Himmel, unser Vater im Himmel, mein Vater im Himmel. Von den Verniedlichungsformen Papi und Papa im Gebet halte ich nicht so viel, weil das ein Stück von der Heiligkeit Gottes relativiert. Aber zu sagen, Vater im Himmel, ich bitte dich im Namen Jesu, da ist etwas ganz, ganz grundlegend Vertrauensvolles da. Das ist ein Leben in völlig neuer Perspektive. Keine Angst mehr vor Gott. Kein Verzweifeln an mir selbst, sondern leben als Kind Gottes im Aufblick zu dem himmlischen Vater, dem ich vertrauen darf. Also ich wüsste nicht, wie ich in dieser Welt anders hoffnungsvoll leben könnte. Und ich bin froh, dass ich andere dazu einladen darf, es genauso zu tun. Und so danken wir dir, unser himmlischer Vater, dass wir uns dir öffnen dürfen, dass wir dir vertrauen dürfen, dass wir dir sagen dürfen, was wir an uns selbst nicht verstehen und wo wir an uns selbst verzweifeln, wo wir schuldig geworden sind, wo wir merken, wir können den Maßstäben nicht gerecht werden. Danke, dass wir uns dir öffnen dürfen mit allem, was in uns ist und von ganzem Herzen deiner Barmherzigkeit vertrauen dürfen. Danke, dass wir nicht mehr selbst es schaffen müssen, uns vor dir angenehm zu machen, sondern dass du uns einfach durch das Kreuz Christi ansiehst und uns angenommen hast, dass wir einen ganz neuen Stand haben, eine ganz neue Bestimmung. Kind Gottes zu sein. Und so hilf uns, Herr, dass wir im Aufblick zu dir nicht auf uns selbst setzen, nicht auf unsere eigenen Wege, sondern dass wir im Aufblick zu dir auf dich setzen, auf deine Führung, auf deine Gebote, auf dein Wort und dass wir ihm folgen können. Und das jeden Tag und auch heute. Darum bitten wir dich. Amen. Ja, das war jetzt schon wieder die Atempause vom Samstag, den 9. Februar 2019. Völlig neue Perspektiven nach Römer 8, 1 bis 17. Das ist schon ein wirklich anderes Bild. An der Hand des Vaters, anstatt völlig verzweifelt den eigenen Kopf in die Hände zu drücken und überhaupt keine Perspektive mehr zu sehen. Diese Freude des Glaubens wünsche ich dir auch heute und morgen sehen wir uns hoffentlich wieder zur Atempause, wenn wir am Sonntag einen Psalm miteinander anschauen und lesen. Wenn du andere kennst, die eine intensivere Auseinandersetzung täglich mit dem Wort Gottes suchen und auch darin wachsen wollen, dann weise sie doch auf die Atempausen hin. Dann teile doch die Atempausen auf den verschiedenen Netzwerken, die es so gibt im Internet. Es ist doch so einfach, ansteckende Gesundheit zu verbreiten. Darüber freue ich mich, wenn wir immer wieder neu gemeinsam Hoffnung schöpfen durch Gottes Wort. Bis morgen.